hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge forest village ja ich habe gerade noch ein foto gemacht hier mit den sechserhäusern hier mal gucken wie es ankommt und wir machen hier auch glatt weiter ich mache auch wieder play ich habe gerade schon mal ein bisschen geguckt hier wie ich hier die ganzen die neuen erzminen und sowas hinstelle weil wir haben noch gar kein bergwerk hier zum beispiel wir haben aber noch 1000 erze und ich sage mal so hier liegen auf der straße quasi das erz hier einfach so rum und warum soll ich mir dann einen bergwerk bauen wenn wir noch so viel erze haben aber wie gesagt das erz könnte auch irgendwann knapp werden ja und dann bedeutet das ja wir müssen irgendwann einen bergwerk bauen damit wir erze kriegen also wir haben immer noch ganz viele fragezeichen warum haben wir fragezeichen hier ach ja weil die felder nicht bestellt sind richtig und weil hier kein jäger ist warum ist hier kein jäger gut jetzt ist hier den jäger ich habe den mal wieder hingestellt vielleicht ist hier irgendwie so kahl kann es sein wer hat da wollen wir gefällt ich habe keine ahnung wer das war alles klar und ich habe mir echt so überlegt ich werde wahrscheinlich hier über den winter wahrscheinlich hier noch mal so ein obst plantage machen wo garten fällt ein obst ich werde hier was denn jetzt warum was ist denn das hier was das rote jetzt rum rum hallo hat doch noch gar nicht angefangen du kennst du kennst hier nicht reich doch ist das richtig warte mal warte mal warte mal warte hatte okay jetzt muss ich mal kurz ranzoom ja ich will ja nicht ranzoom aber ich muss ranzoom wir haben immer noch der winter ist gut mit 8 grad aber ist okay und machen so wir gucken auch eben wegen den feldern und zwar machen wir den hier einfach ran und dem genau und gucken wir wie viel brauchen war jetzt brauchen wir schon zwei leute ach ja hier habe ich auch immer zwei leute ne genau soll ich mal gucken 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 wegen ein leute nur wegen ein also 26 mal 14 wäre schon zwei leute und 22 mal 14 wäre immer einer wäre das nicht interessanter immer nur ein zu haben der den garten macht dann kann man ja hier hinter also dahinter noch mal einen garten bauen mit ein hat 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 immer einer hat immer einer ein garten zu tun so eine ganze reihe so mit garten finde ich irgendwie schon nice dann mache ich hier neben ich lasse machte einfach ich baue das jetzt einfach mal zack ich glaube wir haben ja noch genug leute hier das heißt ich lasse das einfach mal hier so bauen und dann habe ich ja vor ich werde dann eventuell erst mal hier die häuser bauen und hier die häuser bauen lassen damit hier warte mal können wir hier noch so ein weg machen haben wir hier so ein weg gebaut das wäre mal nice zu wissen ich habe wie gesagt wenn winter ist sieht man das nicht es sieht man nicht wir haben jetzt sieben babys mittlerweile alter ja wo kommen die ganzen babys ja ich weiß das nicht wer hat da dann wird gemacht oh alter hier werden babys geworden wie am fließband warte mal ich muss mal hier gucken ist das jetzt hier so interessant muss ich hier so ein so ein weg nachbauen oder habe ich hier so ein weg gebaut das möchte ich mal ganz gerne aber ich muss echt gucken wenn winterende ist dass ich mal gucke wie das nachher aussieht mit den ganzen wegen wägen oh es sieht schon es sieht schon geil aber ich sehe hier irgendwie kein kein weg ich werde mal gucken wegen dem weg hier ich weiß aber nicht ob ich da einen weg gemacht habe anscheinend habe ich hier keinen weg gemacht das ist natürlich scheiße jetzt ne genau nein nicht machen mach das nicht was macht man sie denn da wieder her für scheiße zack hier einmal ja ich muss das ja machen ich muss jetzt erstmal hier so lang so mal gucken ob der weg gleich gebaut wird machen jetzt den weg breiter oh matze bist du hohl oder was kann man dann noch was retten ich habe die straße mal eben breiter gemacht kann ich irgendwie nicht weg machen mehr oder schade und macht man das hier irgendwie warte mal da macht man weg weg straße entfernen schade mist habe ich jetzt echt echt mist gebaut ich habe die straße ja schon hier hier lang sozusagen da muss ich die hier nicht noch noch breiter machen oder warte mal ja die straße brauche ich nicht ich habe hier schon einen breit ich sehe halt nichts das ist halt das blöde im ende sieht man halt nichts wir haben jetzt frühlingsbeginn leute wir haben 1118 erze schon mal gut das ist schon mal gut so bohrt das wieder ab hast du ja auch angemacht dann müssen wir abbauen okay jetzt zieht man auf einmal wieder den den weg jetzt machen wir wieder ab jetzt machen sie wieder dran ne doch ab ok finde ich gut pop 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 ja finde ich gut finde ich gut mach den ab mach den ab brauchen wir nicht komm alles ab machen ja damit das hier nicht so voll steht dann werde ich hier irgendwann das freilassen dann werde ich hier noch ein paar Häusern machen gleich aber ich habe das ja noch da ne dann kann ich das ja auch mal weg machen den weg ja so ok das ist schon mal gut kann man machen so habe ich das wieder im griff hier mach nicht so viel äh äh mach nicht so viel soll ich schon ja die straße wurde zerstört und Steinmetz oh starb bei einem Unfall echt jetzt ok ok ich werde die mal da alle rausholen schon mal wir haben wir haben zwar nur 400 Steine aber das muss immer gehen werden es müssen gleich alle es müssen gleich alle präsent sein weißt du wir haben jetzt noch die zwei Fischer muss ich gleich noch wieder ab abziehen aber die habe ich jetzt auch alles so während der Zeit da weg geholt zwei werde ich wieder abziehen hier eins zwei ja vielleicht mache ich vielleicht lasse ich zwei so wir haben jetzt 1200 Fisch wir haben noch 1000 ich werde jetzt mal kurz die freigeben so wir können die Obst machen jetzt können wir die alle wieder auf Fäder schicken 9 9 3 auf die Fäder so dann haben wir hier ja noch ein neues Feld gemacht ne genau das ist auch noch das ist auch schon fertig das ist noch nicht fertig ok aber das Holz wird schon mal hingekarrt das ist schon mal gut das heißt wir müssen auch einen einen Bauer haben der ist eben gebaut da haben wir noch einen gut dann machen wir fünf daraus ist egal so und hier sind auch irgendwie zwei Wege entstanden kann es sein so zwei breit kann es sein oder täusche ich mich da weil ich muss hier auf jeden Fall noch eine Vogelscheuche hin machen das kann man ja nicht machen wenn äh wo ist die Vogelscheuche jetzt ist auch hier genau jetzt muss ich nur kurz nah rangehen weil es ist alles so keine Ahnung äh zack so jetzt muss ich mal eben gucken welche welche Range hat die genau warte zack ok das ist auf jeden Fall eine bessere Range als äh alles andere so zack nein warum denn nicht wie baut ihr die nicht doch würde ich doch kurz sagen heuer mal so jetzt wird hier noch der Apfelding gebaut der Apfelding kommt gleich ein Ding aus dem Apfel so dann können die zwei nämlich äh können gleich wieder zwei hier ran und könnte schon mal äh Appels vorbereiten werden werden halt hier keine keine 3 6 9 12 15 18 21 gemacht sondern wahrscheinlich nur weniger wahrscheinlich nur weniger dann werden wahrscheinlich nur 3 4 x 3 oder 5 x 3 stattfinden komm ein Schlag noch oder was dann ist der doch schon fertig dann kannst du doch schon mal fähig machen kannst du doch machen alter hallo Pugelscheuche wurde gestartet ähm nein noch nicht ganz aber egal ach guck mal das ist fertig und ich hab richtig an 5 x 3 zack und fertig komm mal hin so und ich hab hier auch einen so zack ein Gärtner so dann hab ich hier noch zwei wo hab ich jetzt noch was am laufen ich hab jetzt noch die Vogelscheuche ist noch am bauen die lass ich noch da und was ist noch am bauen was muss noch am bauen sein ähm wir haben die Häuser noch die wir machen könnten wir haben das hier was noch gemacht werden muss genau achso ne wir könnten da einen Köhler einstellen schon mal das könnten wir eigentlich mal machen wir können hier unten mal einen einstellen und den hier unten mal einstellen ach da hab ich ja schon einen wahrscheinlich wo ist der Köhler da der Köhler ist da unten schon genau der macht schon wir haben schon 15 Kohl das ist schon mal gut das heißt wir müssen auch wieder die Holzhacker lass ich auch da das heißt wir werden wahrscheinlich bei einem Lager ist das ne Scheune das ne Lager ne wir haben hier kein Holz mehr das heißt die müssen weiten wieso haben wir hier kein Holz mehr hm alles klar wir haben hier kein Holz mehr das Holz haben wir wahrscheinlich hier nein hier haben wir die Jäger heute wir haben das Holz hier drin 340 haben wir hier drin und damit die Leute nicht mehr so weit laufen haben wir auch noch äh halt hier drin 500 sogar 538 ja ich sag ja wenn die Wege kürzer werden dann werden die Leute alle gehen die Leute alle dahin da wo der Weg halt am kürzesten ist ist halt so ist halt normal aber ist ja auch nicht schlimm kann man ja machen so dann werde ich hier mal nach und nach schon mal die Häuser setzen und ähm ich weiß nicht vielleicht vielleicht nochmal irgendwo einen anderen Bäcker oder so das wäre ja auch mal interessant so einen anderen Bäcker zu setzen der ist noch nicht fertig ne achso gleich ist er fertig ok es ist irgendjemand ein Gebäude wohl zerstört wieso ich habe aber nicht gesagt das Gebäude jetzt zerstört werden soll ich weiß nicht was da gerade los ist keine Ahnung aber irgendwie wohl gerade ein Gebäude zerstört warum vor allen Dingen was wurde zerstört und warum ist das gerade in wir haben kein Fleisch ne ja super wir haben jetzt kein Fleisch mehr das heißt das Fleisch werden wir jetzt schließen schließen für die wir haben ja Obst noch da so das ist schon mal gut ähm ja es wird aber jetzt richtig knapp mit dem Essen das heißt wir müssen echt nochmal ein paar Felder bauen und ich habe ja gesagt hier wäre eigentlich so optimal wenn wir hier so eine Häuserreihe machen da so eine Häuserreihe und dahinter hier so eine Häuserreihe und dann hier halt die ganzen Felder zwar müssen wir mal gucken wir sollten vielleicht auch mal den nächsten Hafen bauen und wenn wir den Hafen bauen da habe ich nämlich auch gerade nochmal geguckt was wir da an Erze brauchen 450 das hätten wir wir brauchen 450 Steine das hätten wir so gerade eben wir brauchen 290 Steine das hätten wir und wir haben 160 Leben das hätten wir auch also wir müssten eigentlich mal den Hafen bauen wir wollen ja den Hafen hier hin bauen zack da soll er hin äh nein falsch rum er soll ja bekanntlich hier hin ich weiß aber nicht ob der hier hin passt so mal gucken wie ich den Hafen jetzt hier baue drehen 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 äh ok ist das jetzt gut warte mal ich mach mal kurz ein bisschen höher wenn ich den jetzt hier so habe ist das ok ich sehe jetzt gerade überhaupt nichts weil dann könnten nämlich ein paar Leute auf Spedition gehen ich muss das echt wieder nah ran machen weil ich sehe das echt nicht hm soll ich das starten oder nicht starten ich will das auch mal so ich starte das jetzt einfach ich weiß so nicht ob die das machen weil wegen dem Wasser und so aber ich werde jetzt voll für wenn die das machen es sind nur noch einer der das machen kann und es sind noch sieben Sachen die gebaut werden müssen ah ich weiß nicht so richtig und jetzt drehen die sich hier so im Kreis mal gucken wie das nachher nur abläuft ah guck mal jetzt kommen die ersten Sachen dahin das schmuck gut und eigentlich guck mal das Obst das wächst ja jetzt so oder so ja ob das jetzt nun will oder nicht das Obst wächst sowieso deswegen werde ich die Leute jetzt mal alle abziehen ich werde jetzt immer die Felder leer machen die sollen erstmal alle helfen beim Hafen weil das Obst wächst ja sowieso selber also von alleine quasi das werde ich jetzt noch machen und dann werden wir mal gucken wenn sie denn alles gebracht haben wie es dann vonstatten geht also guck mal das Holz wird auf jeden Fall schneller gebracht als der Stein Stein scheint wird zu schwer zu sein war es nicht von 450 Stein ein Kind ist älter geworden Peisier Peisier aber Jäger ist während der Geburt gestorben oh Everleigh Everleigh ist aber doch schon nein Kind ist während der Geburt gestorben nein was macht ihr denn aber Everleigh ist während der Geburt gestorben oder hat er eine Geburt gemacht und ist daran gestorben ich weiß das nicht aber ist schon heftig ja ich würde sagen wir lassen den Hafen jetzt bauen und dann ja gucken wir mal was noch passiert nein da sind sie alle hier am brennen voll am brennen hier nein ja wir haben jemanden verloren ja gut okay aber das ist Everleigh ich glaube die hat aber auch schon ihr Alter oder Jäger Everleigh während der Geburt gestorben hä ich verstehe das nicht nein ich verstehe das nicht aber egal ich muss das ja auch nicht verstehen ja ich nenne die Folge einfach die Sterbensrate steigt warum auch nicht also also in diesem Sinne würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann lass doch einfach eine kleine Bewertung da ich habe ich werde den Hafen im Auge behalten ja und äh dann sehen wir uns einfach das nächste Mal wieder zu Forest Village also in diesem Sinne haut rein bis denne ciao